Zurück, Sie müssen zurück, hier geht's nicht weiter. Das kommt ja hier nie raus. Bitte, dann versuchen Sie es vorwärts. Vorwärts. Kommen Sie, fahren Sie vor. Dann müssen Sie aber zurückfahren, sonst pumpen Sie es ja gleich wieder. Ja, los, tauch. Warum fahren Sie denn nicht, geben Sie den Rostlauf nicht vor? Hörst du wohl mal die rüber einziehen, sonst gibt's eins drauf. Runter mit dir, aber schnell. Und da drüben auch. Was sind denn das für Methoden? Schnauze, das gibt eine geplättet. Sie bieten mir Ohrfeigen an. Papiere aber, Pop. Sie wissen wohl nicht, wen Sie vor sich haben. Ein Obertronel. Ich bin nicht, Herr Liebster. Mein Herr Minister, ich hab Sie nicht erkannt. Eben, eben, das ist es ja, was ich bemängeln muss. Halten Sie Ihren Rüden-Ton immer noch für angebracht. Bitte, Liebster. Ja, mein Mäuschen, was ist denn? Aber Liebster, die Leute tun doch nur ihre Pflicht. Schlecht. Wir haben's eilig, der Minister muss so unter Wasser massagen. Dann mal gut strahlen. Weiterhin gute Fahrt. Nichts für ungut, Herr Minister, kann ja alles mal passieren. Jeder ist was dazwischen gekommen, man muss sie ja klemmen. Aber macht ja nichts unter der Massage. Alles wieder glatt gebügelt, so. Weiter, 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 blockiert in die Straße. Überrollen Sie die ganze Bagage. Jawohl, plattwalzen, Herr Minister. Platz für den Herrn Masseur. Oh, das war mein Fuß. Nein, nein, leider. Oh, Kopf links noch mal. Oh.